Geh mal, Pepe! Geh mal, Pepe! Welcher Therapeut oder Athlet kennt dieses Problem? Trotz intensivster Therapiemaßnahmen auf der Stelle zu treten. Muskelverspannungen, schlechte Koordination, mangelhafte Trainierbarkeit. Oft sind diese Probleme einer einfachen Störung geschuldet. Was hat dieser Knoten in diesem Seil und eine Verknotung in der Muskulatur oder den Faszienstrukturen gemeinsam? Beide hemmen die Funktionalität und die Kraftübertragung. Mein Name ist Florian Müller, bin Heilpraktiker, Physiotherapeut, Osteopath und Komplementärmediziner des Deutschen Skiverbands. Und bei unseren Athleten mit genau diesen Problemen, dafür habe ich eine Lösung gefunden. Mir ist es gelungen, die auf dem Markt bestehenden Therapiegeräte in ein einziges Faszientool zu vereinen. Dadurch ist es anwenderfreundlich möglich, durch mechanischen Reiz, durch Druck, Zug oder Kompression die Funktionalität im Bindegewebe effektiv wiederherzustellen und die Funktionalität und Trainierbarkeit der Muskulatur zu verbessern. Für weitere Einblicke und Informationen zum Therapie Boomerang gerne auf unserer Webseite vorbeischauen. Ich freue mich drauf.